Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, es immer nur aus einer Richtung zu sehen. Wie es dir gelingt, diese Position zu verändern, um damit auch neue Perspektiven kennenzulernen und wertzuschätzen, das zeige ich dir jetzt durch folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei neugierig, interessiere dich aufrichtig und ehrlich für den anderen gegenüber und sei gespannt, ihn zu erkennen. Zweiter Punkt, was würdest du an seiner oder ihrer Stelle tun? Setz dich mal in die Lage des Gegenübers und beantworte dann diese Frage für dich. Und dritter Punkt, hol dir fünf verschiedene Feedbacks ein. Feedbacks von Menschen aus deinem Umfeld, denn dann bekommst du deren Perspektive auf dich. Also, pack's an. Du wirst sehen, es wird einfach richtig bergisch gut werden, die Perspektive zu verändern.